Ich werde oft gefragt, ob die Obermatt-Methode eine Outperformance, eine Überrendite gegenüber den Aktienmärkten erzielt. Diese Frage ist etwa so intelligent wie eine Frage, ob eine bestimmte Mutter besser ist in der Kindererziehung als andere Mütter. Wir leben einfach nicht lange genug, um jemals statistisch signifikant aussagen zu können, ob eine Mutter eine überperformende Mutter ist gegenüber den anderen Müttern. Genauso leben wir auch nicht lange genug, um herauszufinden, ob ein bestimmter Investor, ein bestimmter Vermögensberater oder eine bestimmte Methodik besser ist, als eine andere. Wir müssten viel zu viele Finanzkrisen durchleben, um überhaupt zu einem statistisch signifikanten Ergebnis zu kommen. Deshalb rate ich Ihnen, beurteilen Sie einen Aktionär, einen Aktienberater, einen Anlageberater. Nie nach dessen Track Record, nach dessen vergangenen Resultaten, sondern immer ausschliesslich nach dessen Methode. Und das Gleiche gilt auch für Obermatt. Schauen Sie die Obermatt-Methode primär an, ob sie für Sie Sinn macht und nicht, welche Resultate Sie in der Vergangenheit erzielt haben. Denn jeder Vergangenheitsbeweis hinkt. Er ist nicht lange genug. Viel Erfolg! Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank!